Herzlich willkommen bei Weiß-Rot-Weiß. Freiheit im Wandel. Hier sind wieder Caroline Giel und Patrick Schostek. Wir sprechen heute bereits nach der Ausstellungseröffnung. Die Ausstellung über die Protestbewegung in Belarus ist für Sie nun von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Heute soll es bei Weiß-Rot-Weiß um ein ganz bestimmtes Thema gehen. Die Geschichte von Belarus. Jesus. You want to read a real history book? Read Howard Zinn's People's History of the United States out of Enchomsky's Manufacturing Consent. Diese Szene dürfte Ihnen bekannt vorkommen. Matt Damon und Robin Williams sprechen hier über das bekannte Buch A People's History of the United States von Howard Zinn. Denn Geschichte ist mehr als nur, wie es eigentlich gewesen ist. Sie findet nicht selten wie aktuell vor unseren Augen live statt, aber zugleich ist sie essentiell, um überhaupt das Gesehene verstehen zu können. Dafür haben wir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ein Gast mit Weitblick, Jakob Wöllenstein. Er ist der Leiter des Auslandsbüros Belarus, der Konrad-Adenauer-Stiftung. Das Büro ist permanent in Vilnius, in Litauen. Seine Expertise ist europäische Integration, Außen- und Sicherheitspolitik, Energiepolitik, Russland, Ukraine, Belarus, Georgien. Er ist also einer der Experten, mit dem wir heute über die Geschichte Belarus sprechen wollen. Wie Professor Karl Schlögl einmal schrieb, der kulturelle Analphabet wird von Ost- und Mitteleuropa nichts verstehen. Denn es handelt sich um ein Gebiet, was von der interkulturellen Verflechtung lebt. Jakob Wöllenstein aber weiß, diese zu entflechten. Die letztjährige Protestbewegung blickt, wie alle wichtigen historischen Phänomene, auf eine lange und breite Vorgeschichte zurück. Mit Jakob Wöllenstein wollen wir einen kurzen Überblick über die Zeit vor dem 20. Jahrhundert wagen. Dann über die hierzulande weniger bekannte belarussische Volksrepublik sprechen. Wer hat sie aufgebaut? Warum hat sie letzten Endes nicht funktioniert? Was passierte mit Belarus, bevor es dann im Würgegriff zweier Totalitarismen zu einem Teil der sogenannten Bloodlands wurde? Diese lange Linie ziehen wir dann auch noch über die kommunistische Ära bis hin zur Wiedererlangung der Unabhängigkeit und die Zeit nach 89. Die Zeit der großen Hoffnungen zunächst, dann aber auch der missglückten Privatisierung, Oligarchisierung und schließlich Lukaschenkas Wahlerfolg 1994, die dann lange, lange Jahre Annah hielt und dann in den gefälschten Wahlen 2020 mündete und den Protesten, die wir alle gesehen haben. Aber zunächst wollen wir Jakob Wöllenstein kennenlernen. Wir freuen uns sehr, Jakob, dass du hier bei dem Podcast Weiß-Rot-Weiß dabei bist. Was ist aber eigentlich deine Verbindung zu Belarus? Einige Jahre bist du ja schon, ich würde nicht sagen im Land, aber einige hundert Kilometer entfernt zur Grenze und warst auch zahlreiche Male in Belarus. Hallo, ja, nicht einige hundert Kilometer, sondern einige wenige Kilometer. Es sind ja, ich glaube, 30 Kilometer Luftlinie von Vilnius bis nach Belarus an die Grenze und in der Tat sind wir sehr, sehr nah dran. Und der Weg selbst bis nach Minsk ist ungefähr so wie die Entfernung von Berlin nach Leipzig, also 170 Kilometer normalerweise in zwei Stunden gut zu machen, wenn nicht eine geschlossene EU-Außengrenze dazwischen liegen würde. Vielen Dank auch für diese große Anmoderation, gerade zu diesem Thema sprechen zu können. in Geschichte, obwohl ich selbst gar nicht Historiker bin. Ich habe allerdings in meinen Studienfächern European Studies und Politikwissenschaft und Theologie so viele Geschichtsmodule belegt, dass mich die Uni irgendwann fälschlicherweise von selbst in den Bachelor Geschichte eingeschrieben hat für ein Semester. Das war ein Missverständnis. Aber genau, meine Passion für Osteuropa oder für Ost-Mitteleuropa hat in dieser Zeit angefangen, indem ich über Erasmus erst mal nach Polen gekommen bin und mich dann so langsam vorgetastet habe und dann in der Uni Russisch angefangen habe zu lernen und dann viele Reisen gemacht habe in die Ukraine und dann später eine Litauerin geheiratet habe. Und wer die Karte so ein bisschen im Blick hat von Osteuropa und Mitteleuropa, der weiß, dass das jetzt alles Länder sind, mit denen man einmal um Belarus außen rum geht. Und das ist ein Phänomen, das dieses Land doch immer wieder begleitet hat, dass man, die einen sagen, weißer Fleck auf der Landkarte, die anderen sagen, terra incognita. Ein Land, das ja geografisch nun wirklich mitten in Europa liegt. Direkt hier nördlich von Vilnius ist ein Punkt, wo die Litauer sagen, das ist der wissenschaftlich berechnete Mittelpunkt Europas, also direkt neben Belarus. Dass selbst Experten, die sich mit Osteuropa beschäftigen, dieses Land immer umkreisen und man davon irgendwie wenig mitbekommen hat. Und dann letztes Jahr nun durch diese einträgsamen Proteste, das bei uns und in der ganzen Welt in die Schlagzeilen gekommen ist. Aus guten Gründen, und das ist wichtig, da ist es ja jetzt auch wieder aktuell, aber dass natürlich dahinter ein Land steht, dass Europa eine Nutsche gewissermaßen ist mit Verbindungen natürlich historisch und kulturell bis ins tiefe Westeuropa, nach Südeuropa aber auch. Die Kristallisierung von Belarus, da legen nationalbewusste Belarusen viel Wert darauf, dass das direkt über Bizanz gekommen ist und eben nicht über den Umweg Moskau. Aber natürlich eben auch klar, besonders in den letzten 200 Jahren, eine sehr, sehr enge Verbindung mit dem östlicheren Europa. Also all das kommt in Belarus zusammen und hat natürlich Spuren hinterlassen, auch wenn es ja auch natürlich wahr ist, dass diese Spuren auch immer wieder verwüstet wurden, weil Belarus eben auch immer wieder Schauplatz wurde der europäischen Kriege. Jakob, du warst vor nicht allzu langer Zeit in der Talkshow bei Markus Lanz. Es schaffen nicht viele von Politikwissenschaftlern, Historikern, die sich mit dem östlichen Europa, mit Belarus, Polen und anderen Staaten beschäftigen, in dieser Talkshow. Deine Aufgabe war es, die aktuelle Situation in Belarus zu erklären. Was hast du dem deutschen Publikum gesagt, damit sie Belarus besser verstehen? Und wie hast du das gesagt? Ja, die Einladung in diese Talkshow war eine Überraschung. Es gab eine große Medienanfrage natürlich zu diesem Fall Ryanair, Zwangslandung in Minsk. Und da war das ZDF, ich glaube, sogar auf ein Angebot unserer Pressestelle, die sagten, wir haben Leute, die darüber reden können, auf mich zugekommen, erst mit einem kurzen Interview für die Website. Und dann wurde daraus die Anfrage von Markus Lanz, wo ich selbst erst dachte, da geht es um zwei Minuten Einspieler, und dann erst über das Programm selber erfuhr, ja, ich bin der erste Gast, der da reden darf. Also es ist natürlich mit Demut, dass man sowas annimmt und hat natürlich auch damit zu tun, dass es einfach zum Thema Belarus nicht so viele Experten in Deutschland gibt, auf die man zurückgreifen kann. Es gibt da einige, die ja auch immer wieder zu sehen sind. Genau, aber das war eine besondere Ehre. Und natürlich ging es an dem Abend ja vor allem darum, das Aktuelle einzuordnen. Was ist da passiert mit Daman Klotasiewicz und der Verhaftung? Also viel Zeit für die tiefen Hintergründe war nicht, aber dafür sind wir natürlich als Adenauer-Stiftung auf anderen Kanälen und mit vielen Hintergrundgesprächen aktiv. Ja, und was ich immer sage, ist, dass es eben überraschend nah ist. Zum einen von Berlin aus ist man, also vom östlichen Teil von Berlin, ist man geografisch näher an Belarus als vom südwestlichen Teil von Deutschland. Also ein Land, das vor der Haustür liegt, eben Nachbarschaft der EU. Und wo man eben, weil so wenig bekannt ist, weil es hochgradig exotisch ist und es eben sehr, sehr viel Spannendes zu entdecken, gibt, jenseits dieser Tagespolitik und natürlich der schrecklichen Situation, die wir gerade erleben, mit der Terrorwelle und dem Versuch des Regimes, ja alles zunichte zu machen, was sich gegen das Regime auflehnt. Erst heute kam die Nachricht, dass tut bei, dieses wichtige Nachrichtenportal jetzt sogar nicht nur gesperrt ist, sondern sogar als extremistisch eingestuft werden soll. Also ein Portal, das wie kein anderes darum bemüht war, objektiv Informationen zur Verfügung zu stellen, dass selbst das schon extremistisch gilt. Also hinter diese tagesaktuellen Schlagzeilen zu gucken. Und da, wie gesagt, gibt es sehr, sehr viel Spannendes zu entdecken. Jakob, vielen Dank für diesen persönlichen Einblick. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt auch schon etwas tiefer in die Materie im wahrsten Sinne des Wortes einsteigen. Jakob, Belarus vor dem 20. Jahrhundert. Vielleicht beginnen wir erst mal mit der Frage, gab es so etwas wie eine belarussische Identität vor dem 20. Jahrhundert? Und was wären die historischen Eckpunkte, die Hauptereignisse, von denen wir hier eigentlich alle schon längst wissen müssten? Ich glaube, es ist immer schwierig, wenn man mit dem Terminus Nationalidentität versucht, über das 19. Jahrhundert hinaus zu gehen, auch in anderen Ländern. Das ist ja selbst in Deutschland und Frankreich oder Deutschland verspätete Nationen besonders, aber auch selbst in Frankreich, der Grande Nation, sind ja diese Prozesse, die Nation zu bilden, ja auch besonders ein Produkt des 19. Jahrhunderts. Und darüber hinaus waren ja die Zuordnungen nicht nationale, sondern eben über Stand und über Konfession. Aber natürlich beginnt Belarus' Geschichte nicht im 20. Jahrhundert, sondern da war natürlich ein Land lange und auch Völker, die dort lebten, ein Gemisch muss man ja sagen, Ostslawen natürlich, dann Balten, die auch immer dort zu Hause waren, aber auch Tartaren, ganz viele Juden, die dort auf Einladungen hingekommen sind, in Zeiten, wo sie in Westeuropa verfolgt wurden. Und man muss natürlich wissen, das Land Belarus unter diesem Namen gibt es tatsächlich erst seit dem 20. Jahrhundert, seit dem Ende des Ersten Weltkrieges, als die Belarusische Volksrepublik entstanden ist. Aber auf dem Territorium gab es seit dem Mittelalter Staaten, also das Fürstentum Polotsk, ein altes, und das Fürstentum Turau. Und dann waren die Gebiete, die heute Belarus ausmachen, ja die meiste Zeit der Geschichte in Union mit anderen Staaten. Also das lange gehörte Belarus als der konstituierende Teil, sogar der größte Teil zu Litauen. Die slawische Bevölkerung nannte sich auch selbst Litvinik, in Abgrenzung zu den Balken, die Lietuwee sich nannten. Also es gibt sogar einen manchmal freundschaftlich ausgetragenen Streit unter der Oberfläche, wer eigentlich die wahren Erben von dem alten Litauen sind. Und dieser litauische Staat reichte ja nun tatsächlich von der Ostsee zeitweise bis ans Schwarze Meer, bis in die heutige Ukraine, ins Gebiet Odessa. Und genau, dann das Fürstentum Litauen ging ja dann, das Großfürstentum, die eine Union ein. Mit Polen, erst Personalunion, auch zur Abwehr von äußeren Feinden. Natürlich der deutsche Orden ist da immer zu nennen und die große Schlacht von Tannenberg, Grunwald, was die Polen natürlich ganz groß sagen, ist ein wichtiges Ereignis, von dem ich, als ich nach Polen kam, lernte, das ist das wichtigste Ereignis des 20. Jahrhunderts, das ist überhaupt der europäischen Geschichte sozusagen. Die Polen haben die Deutschen besiegt, verkürzt. Als ich dann nach Litauen kam, erfuhr ich, na ja, aber der König damals, Jogela, war ja eigentlich Litauer, also war das ein Sieg der Litauer, dieses Grunwald. Und dann komme ich nach Belarus und die sagen, ja gut, Litauen, aber es war natürlich, Litauen war ja Belarus im Prinzip. Also diese Trophäe wandert dann. Genau, aber diese Union, die anfing als eine Personalunion, Zweckbündnis, gegen den Druck von Westen, aber auch Moskowien, muss man auch dazu sagen. Es waren ja über Jahrhunderte hart geführte Kriege zwischen Polen, Litauen und Moskau, bevor dann durch die Teilung ja auch Litauen und Belarus von Moskau annektiert wurden oder von Petersburg. Und dann wurde aus dieser Personalunion ja wirklich eine Staatenunion, die dann wiederum im 16. Jahrhundert eine Wahlmonarchie hatte, also eine Frühform der Demokratie, wo bei uns ja nun im westlichen Europa der Absolutismus herrschte und Könige von sich behaupteten, sie sind von Wort persönlich eingesetzt. Da gab es ein Wahlkönigtum und auch ein sehr, sehr modernes Gesetzesbuch, das den Regenten an das Gesetz zurückband, das sogar Tierschutz kannte. Also ein ziemlich moderner Staat, der eben tolerant war. Wie gesagt, den verfolgten Juden aus West- und Südeuropa Zuflucht bei sich bot und allerdings dann später ja dieses Wahlkönigtum dazu auch genutzt wurde, gezielt von den Nachbarstaaten dieses Land zu schwächen. Und dann unter etlichen Kriegen ging es kaputt. Aber ich glaube, es ist also wichtig zu sehen, es gab eine lange, lange Staatlichkeit in diesem alten Litauen, war altbelarussisch, kanzelruthenisch offiziell, die Verwaltungssprache. In der belarussischen Schrift wurde eben auch die erste Verfassung Europas geschrieben. Polnische sagt man bei uns ja meistens, aber es ist ja die gemeinsame Verfassung gewesen. Und dann, dass eben in Belarus es natürlich genauso ganz wichtig die Renaissance gab. Das Magdeburger Stadtrecht hat ganz viele belarussische Städte gegründet. Die Reformation war sogar sehr weit verbreitet. Also über viele, viele Wege, sogar an die Hanse waren sie teilweise angebunden, ist dieses Land ja eben durch und durch europäisch. Und dann, auch als es dann von Russland annektiert wurde, endet damit ja nicht das Europäischsein, sondern beginnt eben ein Kapitel in einer Zeit, wo ja nun Katharina die große Zarin war, die ja nun gerade versuchte, Russland europäischer zu machen. Vielleicht so viel. Auf jeden Fall schon mal sehr spannend, dieser Überblick. Da merkt man auch, dass das mit dem kulturellen Analfabetentum und dass es einem überhaupt nicht ermöglicht, die Spezifik der Region zu verstehen, wird da noch mal klarer. Du hast es auch schon mal gerade erwähnt, Volksrepublik. Dieses Jahr wurde offiziell offiziell seitens der belarussischen Opposition der Tag der Freiheit begangen. Svetlana Cihannowska hat selber dazu gesagt, dass für sie persönlich eigentlich, also dass sie bis vor kurzem keinerlei weitergehende emotionale Bindungen hatte zu dem Tag, was eigentlich nichts bedeutete, aber dass jetzt zu ihrer Worte die Belarusen sich die Geschichte stellen müssen. Worum ging es mit dem Tag der Freiheit und vor allem was hat er mit der Volksrepublik Belarus zu tun? War das ein kurzlebiger Staat? Warum hat das dann doch nicht so ganz funktioniert? Genau, also dieser Tag, der 25. März, der nun rekurriert auf den 25. März 1918, wird in Belarus schon seit Langem begangen, eben vor allem von der demokratischen Opposition und von den nationalgesinnten Menschen als eben Tag der Freiheit. Er erinnert an diesen Tag damals der Ausrufung der Unabhängigkeit dieser belarusischen Volksrepublik. Wer sich mit Ostmitteleuropa ein bisschen beschäftigt, weiß ja, dass die ganzen Staaten, die dann durch die Imperien der Regionen, das Deutsche Kaiserreich, Österreich, Ungarn und Russland geschluckt worden waren, sowohl als Staaten oder auch als Gebiete, dass diese ja während des Ersten Weltkriegs wieder zu ihrer Unabhängigkeit oder überhaupt zu einer Staatsgründung strebten. Das betraf die baltischen Staaten, Polen, die Länder Südosteuropas, aber eben auch Belarus. Wobei natürlich die Länder vor dieser Frage standen, was durch diese Teilungen aufgelöst worden war, war ja dieses multiethnische, multinationale Großreich, also Polen, Litauen. Und die Frage war, was will man eigentlich erreichen? Will man das wiedergründen und zurückkehren zu dem Status quo ante sozusagen im 18. Jahrhundert da weitermachen? Oder will man Subgrößen gründen? Es gab auch den Versuch, eine polnisch-litausche, Entschuldigung, eine litauisch-belarussische Republik auszurufen. Auch das war ein kurzlebiges Projekt, dann schon unter sozialistischen Vorzeichen. Oder setzt sich der Nationalstaat durch? Und alle wissen, das ist Geschichte, der Nationalstaat war dann das Element, das auf der einen Seite eben stark sich durchsetzen konnte, während auf der anderen Seite ja nun durch die bolschewistische Revolution dieses Modell mit militärischer Gewalt, beide natürlich jeweils auch verbunden ist, schaffte sich durchzusetzen. Und Belarus war einmal geografisch natürlich auf der Zwischenlinie, aber eben auch besonders unter der Frage, dass durch die lange Russifizierung von 123 Jahren, aber auch die Frage, dass die nationale Identität nicht gleichermaßen ausgebildet war, wie beispielsweise schon in Polen. Die Städte waren zum großen Teil entweder jüdisch- oder polnischsprachig. Und die belarussische Nationalbewegung hatte zwar auch Fahrt aufgenommen, Ende des 19. Jahrhunderts, mit einem großen Zentrum in Vilna, Vilnius, auch die alte multiethnische Hauptstadt dieses Großfürstentums Litauen, aber eben nicht so tief verwurzelt, wie eben beispielsweise die polnische und auch anders als die Litauer, die ja nun eine völlig andere Sprache hatten als die Russen, die als Katholiken in der Konfession sich abgrenzen konnten, denen es einfacher fiel, sich da eben als Nationalstaat neu zu formieren, als den Belarusen, die eben als Ostslaven russifiziert waren und eben auch orthodoxe waren, wobei man dazu ja auch sagen muss, es hatte in der Neuzeit schon eine Kirche gegeben, eine griechisch-katholische Kirche, also eine Konfession in diesem alten Litauen, die Kirche versuchte, die Orthodoxie mit dem Katholizismus zusammenzubringen, dass man also den Papst anerkannte und aber orthodox blieb. Und das war auch wiederum durch das russische Zarenreich zurückgefahren worden mit starker Gewalt. Also die Frage, lange Vorrede, was macht man jetzt? Und die Belarusische Volksrepublik war dann also, die Antwort ist, national zu versuchen, allerdings unter den Vorzeichen der deutschen Besatzung und die deutsche Besatzung, die in dieser Zeit schon in Friedensverhandlungen war mit der russischen Seite, also mit den Bolschewisten nach der Revolution. Und alle kennen diesen Vertrag von Brest-Litovsk, also der Friedensvertrag. Und darin war aber auch festgeschrieben worden, daneben, dass eben Deutschland große Reparationen und Gebiete bekam vom russischen Zarenreich, eben auch, dass es eine Linie gab, östlich von der die Deutschen eben nicht besetzen würden. Und das war der Großteil von Belarus. Also die deutschen Truppen zogen sich dann zurück, sodass die Republik unter die Mühlen kam, dann der Sowjetunion, die diese Republik für sich beanspruchte. Jakob, kannst du uns aber noch einmal erklären, warum dieser Tag der Freiheit nur von Opposition begangen wird? Ja, der Punkt ist, dass das natürlich der historische Bezugspunkt ist für ein nationales Belarus. Und da ja auch diese Flagge entstand, diese weiß-rot-weiße Flagge, die sich orientierte hier haltisch nach am alten Großfüsten, aber die eben als Nationalflagge so auch neu formuliert wurde. Und dann, nach dem Ende der Sowjetunion, als Belarus eben wieder unabhängig wurde, wurde ja auch diese Flagge benutzt. Also verbunden Nationalstaat, bewusst national ausgerichtet, aber eben auch ein demokratischer Nationalstaat. Und was Herr Lukaschenker dann ja machte in den frühen 90ern, war das zurückzufahren, sowohl die Demokratie als auch diese Symbole, um sich eben bewusst eine Sowjetunion anzulehnen. Und deswegen ist dieser Tag der Ausgefuhung der Unabhängigkeit der belarussischen Volksrepublik eben mit den Symbolen und mit der Demokratie verbunden von denjenigen Leuten, die eben, ja, das andere ablehnen. Man muss aber auch dazu sagen, dass es eben nicht erst seit letztem Jahr oder seit diesem Jahr begangen wird und sogar vor drei Jahren, also 2018 zum 100-Jährigen, der Staat, der damals ja wesentlich liberaler war in der Zeit, wo Lukaschenker sich eben stark fühlte, sogar zuließ überraschenderweise, dass es da eine relativ große Feier mitten in Minsk geben konnte, also eine Großveranstaltung, wo dieser Tag begangen wurde mit denselben weiß-rot-weißen Flaggen, begrenzten auf ein Territorium, wer dann außerhalb von diesem Territorium die Flagge hatte, der bekam Probleme mit der Polizei. Aber so flexibel war doch das System in den letzten Jahren gewesen, das auch zuzulassen. Wir gehen weiter in der Geschichte. Ich will aber mit einem aktuellen Datum beginnen, und zwar mit dem 17.06.2021. Bundespräsident Steinmeier war an dem Tag noch in Warschau, um gemeinsam mit dem polnischen Präsidenten das 30. Jubiläum des deutsch-polnischen Nachbarschaftsbetrags zu würdigen. Er war am 18.06. in Berlin und hat im Rahmen einer Ausstellungseröffnung im deutsch-russischen Museum Karlshorst eine Gedenkrede zum 80. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion gehalten. Dieser jährt sich ja am 22.06. Bundespräsident Steinmeier hat sich explizit vor den ukrainischen, ballarussischen und russischen Opfern des Vernichtungskrieges in Trauer verneigt. Wir kennen sehr, sehr wenig und wissen sehr wenig, was in der Zeit des Zweiten Weltkriegs eigentlich auf dem heutigen Gebiet von Belarus in der Zeit des Zweiten Weltkrieges eigentlich gewesen ist. Timothy Snyder, Professor Timothy Snyder hat ein Buch beschrieben in der Weltkriege des Bloodlands. Es ist bestimmt ein geografisches Gebiet, was in einer ganz besonderen Art und Weise während des Zweiten Weltkrieges, aber auch schon unmittelbar davor und danach zu einem der Bloodlands, also der Orte, wurde der geografischen Orte, wo grausames Geschehen ist. Vielleicht kannst du uns noch mal einen Überblick geben, worum es hier genau geht. Ja, mit dem Begriff Bloodlands kann man bei Belarus eigentlich Jahrhunderte vorher schon anfangen. in den schon vernichtenden Kriegen des 17. Jahrhunderts, wo auch schon einmal die Hälfte der Bevölkerung das Leben verloren hat, dann mal ein Drittel der Bevölkerung. Und dann der napoleonische große Feldzug gegen Russland, wo man ja in Deutschland, glaube ich, weiß, dass da Moskau angezündet wurde. Aber eben, dass dieser Feldzug natürlich ihn durch ganz Belarus führte und auch in Belarus keine einzige Stadt nicht abgebrannt wurde von den Großen, das ist weniger bekannt. Also, dass Belarus immer zwischen die Mühen gekommen war, schon im Ersten Weltkrieg natürlich, die Schlachtfelder dort lagen. Brest-Litovsk ist eine belarussische Stadt, heute Brest, der Friedensvertrag sagt das ja. Dann der extrem blutige Bürgerkrieg innerhalb der Sowjetunion, also der russische Bürgerkrieg, auch der polnisch-sowjetische Krieg, all diese Kriege gingen auch über belarussisches Territorium. Und dann, nachdem die Sowjetunion ja in diesen ersten zehn Jahren ungefähr eine Politik verfolgte, der Katernisatia, also der Aufwertung der Nationalitäten und die belarussische Kultur gefördert und auch teilweise erst kodifiziert wurde, richtig die Sprache mit einer Modernisierung es gab, der Kodifizierung. Danach wurde das Nationalitätenprinzip ja quasi zu einem Feind der Sowjetunion erkannt und es folgte die Welle von Terror unter Stalin, die sich vor allem natürlich gegen die nationalen Eliten richtete. Und wenn man in Minsk ist, in der Nähe am Stadtrand direkt ist in Kulapate eine Gedenkstätte, wo bis zu Hunderttausende in der Erde liegen sollen, das ist nie richtig untersucht worden, die eben Opfer schon waren von Stalin, sodass die Erde schon von Blut noch feucht war, sozusagen, als dann Hitlers Truppen kamen. Bei uns ist ja die Rechnung, der Zweite Weltkrieg beginnt mit dem Überfall auf Polen und damals gehörten die heute westlichen Gebiete von Belarus bis kurz vor Minsk tatsächlich ja zu Polen mit einer ganz starken, natürlich belarussischen Minderheit oder eben regionaler Mehrheit, aber eben, weil es historisch gemeinsam zu Polen, Litauen gehörte, hatten das eben die Polen ihrem Staat zugeschlagen. Und für Belarus ist zumindest dieser Teil bei weitem nicht so negativ besetzt, wie das in Polen ist, wo man natürlich den Hitler-Stalin-Pakt als die Ursünde sozusagen sieht, dieses Krieges dann, die Aufteilung von Ost-Mitteleuropa zwischen den beiden Diktatoren. Lukaschenko hat sogar jetzt diesen Tag, wo dann eben die vor dem Krieg Ostpolnischen dann neue westbelarussischen Gebiete vereint wurden mit dem Rest des Landes zu einem Feiertag erklärt. Also wo man in den baltischen Ländern und den Polen eben gedenkt, diese Aufteilung der Diktatoren, das ist für Belarus eine Wiedervereinigung. Aber natürlich auch verbunden mit dem Einmarsch an den sowjetischen Truppen, auch dann im heutigen Westbelarus. Und dann natürlich, als der Krieg losging, der dann, wie man den ehemaligen Sowjetunion, den großen Vaterländischen Krieg nennt, also der Angriff auf die Sowjetunion, ging das natürlich volles Programm in Belarus los. Minsk ist innerhalb von wenigen Wochen gefallen. Und die erste große Vernichtungswelle ging, ja, ging durch Belarus. Und das Land hat in diesem Krieg so gelitten wie wahrscheinlich kein anderes. Bis zu einem Drittel der Bevölkerung hat ihr Leben verloren. Es wurden zig, also ich glaube, bis zu 10.000 Dörfer ist die Schätzung, die abgebrannt wurden durch Einsatzgruppen. Der Holocaust hat da massiv natürlich zugeschlagen, weil einfach viele, viele Juden dort lebten. In vielen Städten von Belarus waren die Juden die relativ oder sogar absolut größte Bevölkerungsgruppe. Auch in der Nähe von Minsk ist das andere große, die andere große Vernichtungsstätte, eben Malitrastinets, das Ausspitze der Sowjetunion, sagt man, wo vor kurzem erst die Gedenkstätte neu eingeweiht wurde, wo auch Herr Steinmeier, Präsident Steinmeier in Belarus war. Und eben dieser ganz, ganz hart geführte Partisanenkampf von verschiedenen Gruppen, sowohl kommunistischen Truppen als aber auch nationalen Truppen, die erst die Deutschen teilweise fälschlich als Befreier empfunden hatten, weil sie eben sagten, schlimmer als Stalin kann es nicht werden, die dann in die Wälder gingen, als sie merkten, es geht natürlich um unsere Vernichtung. Der große Generalplan Ost war ja, dass im ersten Jahr schon, also der Plan der Naziführung, dass schon im ersten Jahr bis zu 30 Millionen Menschen hätten sterben können. Er hat mindestens in Kauf genommen, im Hungertod. Und dann in dem Kampf gegen die Partisanen, ja die Zivilbevölkerung massiv bestraft wurde dafür, teilweise im Verhältnis 1 zu 100. Also für einen von Partisanen getöteten deutschen Soldaten wurden 100 Zivilisten erschossen. Und das soweit ging, dass ganze Gebiete auf der Karte einfach deklariert wurden als Todeszone, weil man sagt, wir können nicht wissen, aus Sicht der Nazis, wer ist jetzt Partisan und wer nicht. Also in diesem Gebiet wird jeder erschossen, den wir finden. Und in diesem Trauma bis zu einem Drittel der Bevölkerung kam dort ums Leben. Du musst uns dennoch aufklären, wie die Grenzziehung in dieser Zeit war, weil ich glaube nicht, dass es vielen bewusst ist, wie es in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und dann danach mit den Grenzen in Europa stand. Und vielleicht auch noch, was ich auch spannend finde, was du gesagt hast, ist, dass es kaum ein Land wie Belarus so sehr gelitten hat, auch in der Zeit, also im Zweiten Weltkrieg. Vielleicht kann man das auch mit den Grenzen nochmal eben in Verbindung bringen. Bei uns bei Facebook, wenn wir hin und wieder was über Belarus bringen, dann kriegen wir dann leider auch sehr viele trollartige Kommentare. Und einen gewissen narrativen Leitfaden, den man bislang ausmachen konnte, war diese weiß-rot-weiße Flagge mit einer angeblichen Kollaboration mit dem Naziregime in Verbindung zu bringen. Das Interessant an solchen Posts ist natürlich dann nicht der Inhalt, sondern die Motive und so weiter und so fort. Vielleicht können wir auch noch darauf eingehen, wie diese Epoche heute ausgenutzt wird, ausgeschichtspolitischer Propaganda. Genau, also die Grenzfrage ist relativ einfach erklärt, dass eben bis vor dem Krieg, bis kurz vor Minsk, der heutige Westen von Belarus eben zu Polen gehörte, als die ostpolnischen Gebiete, das sogar der Grund gewesen sein soll, warum die Oper in Minsk nicht höher gebaut wurde. Es gab eigentlich mal den Plan, dass man die relativ hoch bauen wollte. Und dann wurde die Legende niedriger und flacher gehalten, damit das nicht dient als Anpeilpunkt für die polnische Artillerie, falls die doch mal kommen sollten und auch den Rest von Belarus besetzen. Also bis 50 Kilometer vor Minsk ging Polen. Und dann mit dem Hitler-Stalin-Pakt und der Aufteilung von Polen zwischen der Sowjetunion und Hitler-Deutschland wurde die Grenze von Belarus so gezogen, weitgehend, ich glaube, das kleine kosmetische Änderung, die gab es ja noch, aber weitgehend so, wie sie heute ist. Ja, die Flagge Weiß-Rot-Weiß wird natürlich benutzt und wird von dem Regime gleichgesetzt mit Faschisten. Das ist eine Sache, die mich immer wieder irritiert, gerade als Deutschen, dass sich ja beide Seiten zu einem gewissen Grad, sowohl die pro-demokratischen Kräfte als auch das Regime von Lukaschenko, gegenseitig vorwerfen, sie wären Faschisten. Wenn man eben weiß, die Faschisten, also die Nazis und ihre Unterstützer und Verbündeten haben eben Todeszonen errichtet und jeden dritten Menschen umgebracht oder jeder dritte Mensch ist gestorben, gibt es nichts Schlimmeres, was man jemanden nennen kann, als das. Das ist der Inbegriff des Bösen. Und deswegen das gleichzusetzen, sowohl da mit Bildern, wo also die Truppen von Ammon, die Einheitsansatz-Posizei-Leute dann an der Wand sich aufstellen lässt und dann wird das parallelisiert mit Nazi-Szenen, wo also dann in einem Dorf Partisanen an die Wand gestellt werden. Für meinen Geschmack ist das geschmacklos, dass man diese Sachen gleichsetzt. Natürlich ist es schrecklich, was passiert und was dort getan wird. Und natürlich werden da Menschenrechte gebrochen, aber die Qualität und die Quantität ist doch nochmal eine sehr andere. Und dass eben gleichzeitig das Regime seine Gegner eben als Faschisten bezeichnet und die Flagge nun als Kollaborationselement verbieten lassen will, ist auch absurd. Wie gesagt, die Flagge war die Flagge der belarussischen Volksrepublik, war dann ja die offizielle Flagge, unter der Lukaschenka ja selbst Präsident wurde in den 90er Jahren, die er dann ja erst per Referendum wieder abschaffen ließ. Also es war die Flagge des demokratischen Belarus, ist jetzt ja eben zum Symbol der demokratischen Proteste geworden. Auch deswegen, weil eben das Regime selbst ja die offizielle Staatsflagge bewusst auch nutzt und sie dann an Gefängniswagen dranhängt, also zum Symbol der Niederschlagung der Proteste macht. Das hat das, glaube ich, auch einmal beflügelt. In der Tat gab es natürlich Kollaboration während des Zweiten Weltkrieges. Wie schon gesagt, weil die Erde noch feucht war vom Blut der Opfer des Stalin-Terrors, das eben einige Gruppen die Deutschen erstmal begrüßten, das rekrutiert wurde in dieser perfiden Art und Weise. Das Ziel war natürlich, Belarus zu einer Sklavenkolonie zu machen von Hitler-Deutschland, aber erstmal Kräfte ja auch in der Ukraine, in Litauen, überall. Ich glaube, Polen ist das einzige Land, wo es das nicht gab, weil da von vornherein nur auf Vernichtung gesetzt wurde oder da die Leute als Volksdeutsche höchstens eingezogen wurden, ob sie nun einen deutschen Opa hatten oder nicht. Aber dass da natürlich Verbände auch aufgestellt wurden im Kampf als Hilfstruppen gegen die Sowjetunion und dann aber auch gezielt mit dieser Flagge geködert wurde. Also, dass man Leute bewusst damit zusammentrommelte, um eben zu erinnern an die Unabhängigkeit und sagt, ja, die Deutschen unterstützen das. Was aber völlig klar war, dass das nie das Ziel gewesen ist. Also, da wurden Leute mit falschen Hoffnungen geködert, was nicht heißt, dass es da nicht auch Antisemiten gegeben haben mag. Das will ich überhaupt nicht kollektiv jetzt freisprechen, aber man muss das, glaube ich, sehr genau angucken und das ins Verhältnis setzen und eben genau hinterfragen, was sind die heutigen Motive. Ich möchte doch noch weiter beim Zweiten Weltkrieg bleiben und das Thema der deutsch-belarussischen Erinnerungskultur in diesem Kontext ansprechen. Ich habe mir in der letzten Zeit sehr viele Gedanken gemacht über einen Film, der mehrfach im deutschen Fernsehen zu sehen war, Der Krieg in mir von Sebastian Heinzel. Es ist ein Filmemacher, der selbst nicht in der Generation des Zweiten Weltkrieges zu ansiedeln ist, sondern es geht um seinen Großvater und er bearbeitet in dem Film die Traumata, die nach den Erfahrungen der Soldaten im Zweiten Weltkrieg, der deutschen Soldaten, auch noch in weitergehenden Generationen zu finden sind. Belarus spielt ein zentrales Thema und in vielen Familien ist es immerhin noch so verankert, dass es darum geht, mein Opa war in Russland und so geht es auch bei mir. Also mein Opa war in Russland, es stellt sich heraus, es war in der heutigen Ukraine. Was denkst du, was sind denn die Herausforderungen, auch in diesem gemeinsamen Erinnern zwischen Deutschen und Belarus, um das eben klarzustellen, auf welchem Boden das alles passiert ist und welche vielleicht auch Folgen das hat für das gemeinsame Erinnern? Ja, klar, das ist natürlich so, dass die Differenzierung, dass es da verschiedene Länder gibt, die ja sehr, sehr anders sind, eine Sache ist, die hat mit Bildung natürlich zu tun. Klar, das Hitlers Russland-Feldzug heißt es immer und nicht der Krieg gegen die Sowjetunion. Das ist verkürzt der populäre Begriff. Und natürlich waren die Länder verbunden mit der Sowjetunion, das ist ja völlig klar. Und das ist ja die Narrative, die auch bis heute die offizielle natürlich ist. Man hat das gemeinsam als Brüder erlitten und dann auch gemeinsam gewonnen. Der Sieg ist ein sowjetischer und der ist das gemeinsame Vaterland. Das ist ja die Narrative, die Lukaschenko persönlich so treibt und die aber natürlich auch viele Leute teilen, weil das natürlich auch so ist. Es war der Staat, Sowjetunion wurde ja auch deswegen angegriffen, weil es eben ein anderes System war. Eben das kommunistische System war das Ziel der Vernichtung, aber eben auch klar die rassistische Ideologie der Vernichtung der Menschen, nicht nur, weil sie kommunistische Parteipässe hatten, sondern weil sie eben Slaven und Juden und so weiter gewesen sind. Also ich glaube, das muss man immer differenzieren. Man kann nicht so tun, als ob das damals völlig unabhängige Länder gewesen wären, die mit Moskau nichts zu tun hatten. Und gleichzeitig ist es ja auch ein Narrativ, das nach meiner Beobachtung heute doch auch gezielt wieder von Russland vorangetrieben wird, zu sagen, dass es eben alles dasselbe war und dasselbe wieder werden soll. Also man muss natürlich aufpassen, dass es ukrainische Soldaten waren ja wohl die ersten, die nach Auschwitz kamen, hat deswegen die Ukraine Auschwitz befreit, fraglich. Ich glaube, es waren auch ukrainische Soldaten, die auf die Amerikaner getroffen sind in Torgau, aber natürlich in sowjetischen Uniformen. Also beides hängt miteinander natürlich zusammen. Die Länder sind eben heute unabhängig und haben eine eigene Identität auch schon, die nicht erst 1990 beginnt, sondern darüber hinaus geht. Ich glaube, das ist einfach eine Sache, für die man Zeit investieren muss, zuhören muss, beiden Seiten und natürlich immer mit ein bisschen kritischer Perspektive, dass Geschichte ja immer eine Frage auch ist von einer gewissen Konstruktion. Welche Fakten guckt man sich an? Welche Geschichte will man damit erzählen? Und je mehr Geschichten und Blickwinkel man anguckt, desto näher kann man sich, glaube ich, annähern an die Wahrheit oder eben die Vielfalt der Perspektiven, die Geschichte einfach ausmachen. Bevor wir nun fortschreiten, um über die Zeit hinter dem eisernen Vorhang und danach noch zu sprechen, wollte ich vielleicht auch noch mal auf ein kleines Detail eingehen, denn die Bloodlands, so mein Eindruck, werden häufig in den Feuilletons ja vor allem mit dem Zweiten Weltkrieg oder kurz davor in Verbindung gebracht. Tatsächlich ist es aber auch so, dass dies für die Jahre unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gilt. Also die baltischen Staaten waren zum Teil an ihrem biologischen, ihrem Existenzlimit fast schon. Die Frage ist, wie war das aus deiner Sicht in Belarus in den Jahren unmittelbar nach 1945? War es dann auch noch ein Bloodland immer noch? Ja, das bezieht sich ja, glaube ich, vor allem darauf, dass es ja Partisanenbewegungen gab, die dann antisowjetisch waren, in Litauen ganz stark und in der Ukraine, in der Westukraine vor allem, die ja bis in die frühen 50er immer noch den bewaffneten Widerstand weiterführten, nach dem ganzen schrecklichen Krieg, also noch mal quasi um dieselbe Zeit, noch mal weiterkämpften. In Belarus ist mir das nicht bekannt, dass es das gegeben hätte, vielleicht vereinzelt, weil da, glaube ich, einfach das Trauma natürlich riesig war und man wie froh war, dass das Leben weiterging. Gleichzeitig, das ist schon richtig, wir hatten über Kollaboration gesprochen, wurden diejenigen, die der Kollaboration verdächtigt wurden oder auch nachgewiesenermaßen unter Druck oder in freien Stücken da kollaboriert hatten, ja, oft an die Wand direkt gestellt oder mussten mindestens, wenn sie mit dem Leben davon kamen, eben das Land verlassen. Also das ging natürlich auch weiter, aber wie gesagt, die Partisanenbewegung in dem Umfang wie in Litauen und der Ukraine gab es nicht. Jakob, jetzt spulen wir das Rad der Zeit etwas vor und natürlich kannst du gerne nochmal auf das Kriegsende in Belarus eingehen, aber mich interessiert vor allem, welche Rolle spielte Belarus in der Sowjetunion? Ja, das sagte ich gerade, da kann man, glaube ich, damit weitermachen, die Zuversicht und die Erleichterung, dass es eben, dass dieser Terror, diese Hölle von den Jahren des Krieges zu Ende war und ja, man nach vorne blicken konnte und so. Natürlich ging das eher mit fundamentalen Veränderungen. Ich hatte eben gesagt, dass viele Städte eine jüdische Mehrheitsbevölkerung hatten oder relative große Anteile von jüdischer Bevölkerung, die waren ja fast alle ermordet worden und dann, weil ja Polen nach Westen verschoben wurde und dann eben der Ostpolen von vor dem Krieg zu Belarus kam, auch da viele Polen das Land verlassen mussten oder polnischsprachige, dass das eine eine Bevölkerungsaustausch eben in einem großen Gerade beschleunigte und dass dann eben auch aus der ganzen Sowjetunion Neusiedler kamen, die dann nach Belarus kamen, weil nach dem Krieg auch die Industrialisierung so richtig in Fahrt kam. Ich sagte, Belarus ist öfter weitgehend vernichtet worden und war dann ja in der Zeit des Zarenreichs im 19. Jahrhundert doch eher eine ärmlichere Provinz und aus dieser ärmlichen Provinz mit großen Sümpfen und vielen Bäldern und einer sehr schönen malerischen Natur wurde dann aber innerhalb einer relativ kurzen Zeit von einer Generation ja ein Land der Ingenieure, kann man sagen. Also eine Werkbank der Sowjetunion, die ja nun stolz drauf war, eine große petrochemische Industrie zu haben und Traktoren zu bauen. Minsker Traktorenwerke sind ganz berühmt, die dann Kosmonauten ins All schickte und eben als Teil der Sowjetunion, da muss man immer wieder sagen, das ist schon wichtig, aber eben da doch eine große Entwicklung hinlegte. Belarus ist ja auch, das wissen auch für die wenigsten, selbstständig in der UNO vertreten gewesen und die Ukraine. Also es ist nicht so, dass das nur einen Sitz gab für die Sowjetunion, sondern Belarus und die Ukraine wurden eben nicht erst 1990 oder 1991 erfunden, sondern waren da schon als selbstständige Subjekte vertreten. Natürlich kann man sich denken, dass die immer gleich abgestimmt haben und das nicht zufällig war. Ja, aber eben genau diese Zuversicht, Austausch der Bevölkerung und nochmal ein wichtiger Schub für die Russifizierung, was eben mit dem Zuzug von eben vielen Neusiedlern zusammenhingen, aber auch damit, dass das Belarusische in der Zeit ja von vielen Leuten nicht besonders hoch angesehen wurde, wie man das im Deutschen ja auch kennt oder in Deutschland, dass Dialekte lange als nicht schick galten und rückständig und die Sprache des Dorfes und die Eltern stolz sind, wenn die Kinder auf die Uni gehen und da Hochdeutsch lernen. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Aber man hat ja sehr gerne Produkte, wie man es auch russisch sagt, Produkte aus Belarus gekauft. Die Qualität schien deutlich höher zu sein als in Russland. Ja, in der Tat. Gute Qualität, aber eben auch, dass damit einherging, um den Punkt mal abzuschließen, dass viele Eltern bewusst wollten, dass ihre Kinder russisch sprachen und dann in Freudentränen ausbrachen, wenn das Kind vom Studium aus Moskau wieder kamen mit Moskauer Akzent an Russisch konnte. Also, dass Belarus als Sprache so ein Stigma hatte, die Sprache des Dorfes heißt die Sprache der Armut, die Sprache des Leids, des Krieges und der Weg nach vorne, also die Russifizierung ist komplex, wurde auch immer von Moskau vorangetrieben, aber ist eben nicht nur eine gewalttätige Überstülpung gewesen, sondern wurde auch von vielen Leuten dann selbst in dieser Zeit besonders auch mitverfolgt. Und natürlich muss man dazu sagen, Belarus war da natürlich als der westliche Vorposten der Sowjetunion. Ja, natürlich der Ostblock ging noch weiter, der Warschauer Pakt und Polen war ja noch Teil davon, aber eben der westliche Teil der Sowjetunion und auch ein Gebiet, in dem ja durchaus dann viel Militär stationiert wurde. Atomwaffen zum Teil, aber eben auch Mittelstreckenraketen, die auf dem Territorium von Belarus stationiert waren. Die nächste Frage, man könnte eigentlich auch sagen, dass es eine Art Frage nach der Frage ist, denn nach der ganzen Zeit hinter dem eisernen Vorhang hat dann jedes Land sein eigenes Symbol des Wandels, des neuen Anfangs, wenn man so will, auch gehabt. Polen 89, der runde Tisch, Leipzig 89 und so weiter und so fort. Welches Jahr sollte man, an welches Jahr denken hier Belarusen? Was ist da passiert und wie war die Stimmung, wie war die Erwartungshaltung in den ersten Monaten, Jahren der Unabhängigkeit? Es wird immer wieder gesagt, dass Belarus eher durch Zufall zu seiner Unabhängigkeit gekommen ist und gerade jetzt mit Blick auf die letzten Jahre, es gibt Leute, die natürlich stark widersprechen würden, klar, aber das ist ein Narrativ, mit Blick spannend auf die Proteste der letzten Jahre, dass das damit verbunden wird zu sagen, jetzt bewährt sich eigentlich wirklich, ob Belarus seine Unabhängigkeit eben auch verteidigt und ob es seine Souveränität war, durch inneren Frieden, aber eben auch im Zusammenspiel mit den Nachbarn in dieser schwierigen Nachbarschaft. Ja, es ist natürlich wichtig zu wissen, dass die Auflösung der Sowjetunion auf belarussischem Boden beschlossen wurde und dann ein gewisser Herr Lukaschenka, der damals gerade als Abgeordneter in den obersten Sowjet von Belarus gewählt worden war, später von sich behauptete, er wäre der Einzige gewesen, der dagegen gestimmt hat und das ist natürlich wichtig, wenn man sich anguckt, die Stimmung, von der ich eben sprach, weil die sowjetische Zeit eben einen massiven Fortschritt brachte, Industrialisierung, Häuserbau und so weiter, Perspektiven für die Leute, dass die Zeit doch auch zu weiten Teilen als eine recht glückliche und gute Zeit gesehen wird. Der Wohlstand war jetzt nicht so, dass man da jeweils große Vermögen anhäufte, aber doch Sicherheit, Abwesenheit von Krieg, ganz wichtig nach diesen Traumata und dann ja auch die Tschernobyl-Katastrophe, die zwar in der Ukraine passierte, aber wo der Fallout ja zu ganz großen Teilen, ich glaube, bis zu 85 Prozent in Belarus niederging, all diese Sachen waren jetzt nicht so, dass das die Menschen dazu anregte, dass man große Abenteuer eingehen wollte, sondern diese Sicherheit und Ruhe waren doch entscheidende, prägende Elemente. Okay, und gut, dann haben wir schon mal diesen Zeitrahmen ungefähr besprochen. Aber das ist noch die Frage, was sozusagen, was ist der entscheidende Punkt? Da kann man wahrscheinlich sogar sagen, das ist Tschernobyl gewesen, weil da eben so viel nochmal die Menschen dann abbekamen, dass eben diese ruhige und oder glückliche Zeit dann eben mit diesem Preis einherkam, dass das System eben so ineffizient war, dass es solche Katastrophen nicht verhindern konnte, mindestens. Tschernobyl als Symbol des Wandels. Das ist auch sehr interessant narrativ gesehen und ich glaube, wenig verbreitet. Ich glaube, wir müssen jetzt auf das Schicksalsjahr zu sprechen kommen, 1994 und vielleicht können wir hier ganz kurz auch nochmal unseren vorherigen Gast erwähnen, Vitali Alexenok. Der beschrieb das als eine Wahl, die vor allem auch gegen die mittlerweile bekannten Schattenseiten der Transformation jener Jahre gerichtet war, vor allem auch gegen Korruption. Und das Interessante ist, dass Alexenok auch zu dem Schluss kommt, dass es ihm in der Anfangszeit durchaus gelungen ist, sogar diese Korruption einigermaßen in Schach zu halten, aber für einen hohen, sehr hohen Preis. Und Jakob, die Frage jetzt an dich, wie hoch war dieser Preis tatsächlich und waren 1994 auch schon die letzten freien Wahlen im eigentlichen liberal-demokratischen Sinne in Belarus? Ja, die letzte Frage kann man direkt mit Ja beantworten, wenn man sich die Einschätzungen etwa der OSZE anguckt. Die Wahl von Herrn Lukaschenka zum ersten und einzigen Präsidenten von Belarus war eine freie Wahl, die er wirklich mit atemberaubenden Zahlen von 80 Prozent gewonnen hat. Eben genau, weil, wie du sagtest, er als Vorsitzender des Antikorruptionsausschusses im Parlament, bis dahin war er aufgestiegen in diesen ersten Jahren, es geschickt bewusst nutzen konnte, eben Antikorruptionskampf zu nutzen für seine eigenen politischen Vorteile. Also er dann auch wirklich große Verfahren anstrengte, unter anderem gegen den Ministerpräsidenten Kevich und gegen den Parlamentspräsidenten, der Staatsoberhaupt war, Herrn Schuschkevich. Dieses Verfahren wurde nie letztlich abgeschlossen, aber allein dieser Prozess, dass das angestoßen wurde, führte ja zu seinem Sturz und Lukaschenka konnte es da nutzen, sich als Macher zu inszenieren, der eben da die Probleme der kleinen Leute sozusagen im Blick hat. Also heute würde man vielleicht sagen, eine populistische Kampagne. Nachdem es ja, das habe ich eben nicht ausführlich gesagt, natürlich diese drei Jahre schon gab, nach dem Ende der Sowjetunion eine Wiedererlangung der Unabhängigkeit, wo Belarus ja auf dem demokratischen Weg war, auch das Nationale eine ganz starke Wiedergeburt erlebte mit einer starken Belarusifizierung des Bildungswesens, der öffentlichen Dokumente, die öffentliche Sprache war belarussisch und da eben ganz stark aus der Geschichte geschöpft wurde von diesen nationalbewussten Menschen und ja, die vielleicht aber dafür zu stark womöglich das Augenmerk eben auf dieses Angriffen an der alten Geschichte legten, das dann auch nachzuholen, was über Jahrzehnte nicht möglich war oder auch bekämpft wurde und damit ja, sich aber ein Stück weit vielleicht entfernten von der Lebenswirklichkeit von vielen Leuten, die eben sagte, unsere Probleme sind nicht die nationale Identität, sondern die sind Bread and Butter Issues, dass man eben in dieser schwierigen Zeit der Transformation einfach wiederum Sicherheit haben wollte. Es ist nicht in Belarus so stark gekommen mit der Privatisierung, der Oligarchisierung wie ja in der Ukraine oder in Russland, die ja nun wirklich in Chaos verfielen und Bandenkriege und Mafia und das ist auch alles bekannt, aber dass Lukaschenka es eben von vornherein sagte, ich halte euch diese Sachen fern, wiederum Abwesenheit. Unter Tieren übrigens. Na klar, auch das unter dem Eindruck, das ist also, dass die Sezession zu Krieg und Gewalt führt, das war sicherlich ein wichtiges Element, wo Lukaschenka dann sagte, ja symbolisch knüpft man an der Sowjetunion an, er führte dann die alten Symbole wieder ein mit leichten kosmetischen Änderungen, die alte Fahne, das alte Wappen, russisch wieder eingeführt als zweite, aber de facto erste Amtssprache und damit einher ging natürlich auch wieder eine starke Annäherung an Moskau. Damit konnte er bei vielen Leuten doch anknüpfen, die eben ein positives Bild hatten von der Sowjetunion und eben als Negativfolie sahen, was ja auch bewusst als negativ bedient wurde durch das Regime, dann, dass Demokratie eben Chaos bedeutet. Wir haben ja heute nicht zum Thema das letzte Jahr zu diskutieren, also 2020, die Proteste und die gefälschte Wahl, das hatten wir sowohl in dem ersten Podcast beziehungsweise werden das auch noch weiterhin aufgreifen, aber du hast uns mehr als genug bewiesen, dass du den, ja, dass du dieses Attribut Historiker verdienst und deswegen darf ich dich fragen, was glaubst du denn, wie wird man dieses Jahr 2020 respektiv historisch in Erinnerung behalten? Der Mensch neigt dazu, Dingen rückwirkend einen Sinn zu geben, den es vielleicht in dem Moment gar nicht gegeben hat und weil man natürlich gerne runde Geschichten erzählt, das mache ich auch besonders gerne. Meine Hoffnung ist, dass sich das bewahrheitet, was einige ja jetzt schon sehen, einige wirkliche Historiker, die nicht nur Dankeschön mit dem Titel Ehrenhistoriker sind, dass wir erleben den, ja, womöglich Abschluss der Nationenbildung von Belarus, der nun im 19. Jahrhundert besonders Fahrt aufgenommen hat und dann immer wieder zurückgeworfen wurde, der aber nicht so läuft, wie das eben in vielen anderen Ländern war in der Zeit des 20. Jahrhunderts eben mit einem Exklusivismus, einem ethnischen Exklusivismus, sondern der sich eben vor allem um die Prinzipien dreht, von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und das sind wiederum Prozesse, die man historisch sieht in den letzten Jahren, dass es einen Wertewandel gibt, eben weg von den post-sowjetischen Werten von Paternalismus, dass man eben vom Staat erwartet, der kümmert sich um alles, sondern individuelle Verantwortung ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, aber eben auch Solidarität und das ist das andere wichtige Element, dass wir diese ganzen Nachbarschaftsgruppen sehen in Belarus, die sich zusammenfinden und Leute einfach einander kennenlernen, Nachbarn, die sie vorher nur vom Flur kannten und man sich nicht hallo gesagt hat, plötzlich entstehen da Freundschaften und eben ein Gefühl an Selbstbewusstsein von einer Selbstwirksamkeit als Gesellschaft, was ausrichten zu können, aber eben diese kleinen Bindungen oder was an Vertrauensschaft, was ja alles wichtige Elemente sind von einer nationalen Gemeinschaft. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Durchbruch gewesen, einerseits von eben Prozessen, die schon seit längerem gehen, Anstieg des Bildungsniveaus, Wertewande, angesichts eben eines Regimes, dass es nicht schafft, adaptiv zu sein, diese Dinge aufzunehmen und dem auch die Ressourcen ausgehen und das sind eben Dinge, von denen ich sagen würde, dass die auch so einfach nicht zurückgedreht werden können, trotz Terror, denn da ist sozusagen der Senf aus der Tube, den man schwer wieder zurückbekommt. Man kann das mit Gewalt unterdrücken und was ja gerade passiert ist, dass versucht wird, das rückgängig zu machen, aber der Gesellschaftsvertrag implizit beruhte ja über eine Generation darauf, dass eben Lukaschenko weiterhin dieses Versprechen bediente, von dem ich ja sagte, historisch gewachsen, Sicherheit, Abwesenheit von Krieg, mit den Ukraine-Gesprächen, das war nochmal ein ganz, ganz wichtiger Schub, Belarus positioniert sich außenpolitisch als Ort, wo man über Frieden redet, Verhandlungen führt, Leute zusammenbringt, die sich einander nicht grün sind und dass all das und eben Sicherheit im Inneren sehr eigenartig ist, dass dieser Minsk-Prozess ja auch wieder bestärkt wurde, jetzt gerade bei dem aktuellen Treffen zwischen Präsident Putin und Biden. Genau, der Minsk-Prozess noch heißt, aber eben nicht mehr in Minsk stattfindet und dass eben diese ganzen wichtigen, historisch zu verstehenden Sachen einfach nicht mehr greifen, weil eben die Ressourcen nicht mehr da sind, zum einen, aber zum anderen eben auch das Versprechen der Sicherheit mehrfach gebrochen wurde, indem man eben seine eigenen Bürger niederschlagen lässt und sie mit einem versprochenen Freispruch für die Sicherheitskräfte in den Gefängnissen vergewaltigt und gefoltert werden und gleichzeitig Lukaschenka ja selbst die Situation außenpolitisch eskaliert, bewusst davon spricht, die NATO würde da einen Krieg planen und mit dem Ryanair-Fall, das ja auch nur eine internationale Dimension noch mal stärker bekommen hat, also da auch zündet. Ich glaube, dass dadurch einfach, das ist nicht mehr zu reparieren. Dieses alte Verhältnis kann man nicht wiederherstellen. Diejenigen, die den Podcast folgen, haben sicherlich schon gemerkt, dass Patrick und ich Hip-Hop sehr gerne mögen und dieses Mal gibt es eine sehr, sehr freundliche Koinzidenz, dass nämlich Jakob Wöllenstein auch diesem Genre nicht ganz abgeneigt ist und dieses ganz bewusst nutzt, um uns zu erklären, wie Belarus aussieht, wie die deutsch-belarussischen Verhältnisse aussehen. Jakob, wir werden hoffentlich auch noch mal zum Abschluss einen Song von dir hören, aber du hast dich dazu entschieden, dieses Instrument oder wie kann ich das sagen, anzuwenden und vielleicht da, du musst uns sagen, welcher Rap von dir ist hier am besten angekommen, um eben diese aktuelle Situation zu beschreiben. Für die aktuelle Situation gibt es ja noch gar keinen. Es gab einen, der war für die Situation kurz vor der Wahl, wo er vieles sich schon abzeichnete. Das ist, der am meisten geklickt wurde, allerdings nicht auf YouTube, sondern weil er gerippt wurde aus dem Netz und dann über Telegram-Kanale sich verbreitet hat. Unter anderem auf dem berühmten Kanal Nechta hat er allein, glaube ich, 80.000 Views. Aber das Lied, was ich am liebsten natürlich immer noch habe, ist mein allererstes, wo wir Belarus als Land vorstellen, Bela Belarus, was auch, wo ich mich sehr gefreut habe, wie positiv das rezipiert wurde, sowohl von prodemokratischen Kräften als auch vom belarussischen Außenministerium. Der stellvertretende Außenminister damals hat den Link dazu, wie er mir erzählte, an Generale der NATO geschickt und sagte, guck mal, wir sind cool als Land. Das hat mich sehr berührt. Und natürlich, das ist der allergrößte Erfolg, ich als Mitarbeiter der Adenauer Stiftung, dass dieses Lied vom Hauptkanal der Friedrich-Ebert-Stiftung auf Twitter geteilt wurde. Also da habe ich mich doch als zu viel der Ehre empfunden. Das war richtig schön. Somit kommen wir jetzt zum Ende unseres dritten Podcasts im Rahmen von Weiß-Rot-Weiß über Belarus aus Berlin. Patrick, möchtest du noch etwas sagen? Ich glaube, Weiß-Rot-Weiß den ersten Teil des Podcast-Titels genannt, aber ich glaube, Freiheit im Wandel ist der Teil, der wirklich hier mit Substanz und Inhalt aufgefüllt wurde. Jakob, wir danken dir und ich glaube, du hast noch ein, zwei Buchtipps, die du weitergeben wolltest. Was kann man über Belarus lesen zur Geschichte, damit man auch die aktuellen Geschehnisse richtig einordnen und verstehen kann? Nicht nur Buchtipps, sondern auch Angebote. Wir haben als Adenauer Stiftung nämlich zwei Werke, die ich hier auf dem Tisch vor mir liegen habe, drucken lassen, bei dem einen sogar die Entstehung unterstützt, nämlich einmal das Buch Faszination Belarus. Das ist ein Ritt durch die ganze belarussische Geschichte mit Kultur und Architektur und was man alles dazu macht, Religion, Staatswesen, von der Urzeit bis zum Ersten Weltkrieg. Das ist ein dicker Schinken mit ganz vielen Bildern, den wir gerne verschicken können, kostenlos. Wir sind ja als Stiftung durch Steuergelder finanziert, also diese Sachen sind bereits bezahlt und jeder, der sich dafür interessiert, dem können wir das schicken, eine E-Mail an info.belarus.kaz.de Vielleicht könnt ihr es auch reinschreiben in die Shownotes. Und das andere ist, im Post und in der Podcast Beschreibung. Ja, perfekt. Und das andere ist, das seht ihr in der Kamera, ein kleines, ein kleines, eine kleinere Broschüre fast schon, ein kleines Buch über diese spannende Zeit 1916 bis 1925, die Beziehungen zwischen Deutschland und Belarus, wie eben die Volksrepublik sich damals gründete, welche Rolle eben Deutschland spielte, mit dem, ja, Hinweis, es kam dann sogar ein Brief von den belarussischen besitzenden Ständen und auch dem Klerus, die an Kaiser Wilhelm persönlich schrieben und sagten, lieber Kaiser, bitte hört nicht auf, uns zu besetzen, bitte bleibt hier und besetzt den Rest unseres Landes, bitte zieht nicht ab, weil wir solche Angst hatten vor den Bolschewisten. Jakob, ich hoffe, dass wir dich und sehr viele andere noch auch ZuhörerInnen auch bei unserer Ausstellung bald sehen. Wir bedanken uns ganz herzlich und die Ausstellung ist, wie gesagt, von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das waren wieder Patrick Schostack und Caroline Giel und es geht natürlich um die Ausstellung in Berlin und wir freuen uns nicht nur sie persönlich dort zu treffen, sondern auch sie und euch beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Das war jetzt die dritte Folge, es geht natürlich noch weiter. Wir versuchen Analysen, Hintergründe, persönliche Eindrücke über Belarus ganz, ganz nah zu vermitteln und wir freuen uns über das Einschalten. herzlichen Dank an Jakob Wöllenstein aus Vilnius, der uns zugeschaltet war und Ihnen allen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann Sie diesen Podcast hören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.